Der erste Schritt, sprich mit den Wohnern bei. Was nochmal? Ähm. Ach, klare Ursache. Ich hab da jetzt keinen Bock mehr. Mein Sohn ist... er ist fort. Hm. Das ist schrecklich. Ich kenne. Eltern sollten ihr Kind nicht verlieren müssen. Nein, sollten sie nicht. Ich glaube nur, dass ich mehr hätte tun können. Naja. Danke nochmal. Ja, kein Thema. Jetzt schauen wir nochmal auf die Objectives. Daten. Der erste Schritt, sprich mit den Siedlern bei Ten Pines Bluff. You will des Commonwealths. Begib dich nach Diamond City. Sprich mit Struggles. Was soll das bedeuten? Ähm. Okay, das sagt mir jetzt noch nicht viel mehr. Okay, Leute. Der ist gerade in der Nähe. Ergo. Reden wir mal mit dem. Ähm. Objektsteuern. Also hier. Können wir die Zusammenfassung anzeigen? Hier nicht. Okay, Leute. Wir reden jetzt erstmal mit Struggles. Und dann machen wir uns nach Ten Pine Bults auf. Habe ich das jetzt mir richtig gemerkt? Wie das hieß? Das ist auf jeden Fall nicht die aktive Quest. Oh, mein Güte. Was ist denn jetzt gerade aktiv? Der erste Schritt, sprich mit den Siedlern bei Ten Pines Bluff. Okay, Leute, wisst ihr was? Das klingt jetzt halt auch einfach am spannendsten. Das werden wir auch direkt machen. Oder ist das jetzt etwa hier? Oh, mein Gott. Hier ist auch er. Bist du bereit für etwas Arbeit? Bei was brauchst du denn Hilfe? Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Warum kannst du das nicht tun? Wieso brauchst du meine Hilfe, um Betten zu bauen? Ey, wir haben eine Menge zu tun und wir sind schon wochenlang unterwegs. Wir brauchen Nahrung, Wasser, Unterkünfte und noch vieles mehr. Du wolltest wissen, wie du helfen kannst. Ich hab's dir gesagt. War das ein ernst gemeintes Angebot oder nicht? Oh, ja, meine Güte. Bitchy, bitchy. Was ist los? Klar, ich helfe gern. Okay, abgemacht. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen auch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. We're gone in Sanctuary. Baugeschütz-Schlafplätze für die Siedler von Sanctuary. 0%. Das wäre schon sinnvoll, hier so eine Basis zu haben. Oder meint ihr nicht? Trotzdem will ich das lieber wann anders machen. Wir müssen ja sowieso zurück. Genau. Das ist jetzt hier die Quest. Aber. Tata-tack-zack. Wir schauen jetzt erstmal, was wir hier noch so zum Anziehen haben. Wir haben nämlich angelegt. Eleganten Hut. Gasmaske mit Brille. Hat Verteidigung von 1 und Strahlen-Ding. Strahlen-Strahlen-Resistenz von 15, oder? Verstehe ich das richtig? Ähm. Tragen wir die? Ja, die tragen wir. 3 und 10. 1 und 3. 2 und 5. Okay. Ja gut, das ist schon echt die Beste. Die wir hier haben. Linker Arm, rechtes Bein. Okay, die können wir anziehen. Können wir eigentlich noch den... Na, wir können die Maske leider nicht mit dem Hut zusammentragen. Raider-Leder, Raider-Rüstung, linker Arm. Sackkapuze. Sackkapuze mit Riemen. Schwarze Weste und Hose. Sau, das Rohmusterkleid, Schweißerbrille, Sturm, Gasmaske. Oh, okay. Scheint ja gar nicht so schlecht zu sein. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Es müssten halt nur noch die Sachen darunter ein bisschen geiler sein. Ähm. Okay. Gut. So, Leute, wisst ihr was? Wir machen uns jetzt auf den Weg. Na? Ten Pine Malds, oder wie sich das nennt. Das ist jetzt so ein bisschen merkwürdig, dass wir hier keine... Dass wir keine... Ja. Genau. Oh, was ist da denn auf dem Wasser los? Irritiert mich, dass wir keine Weganzeige haben, wie weit das weg sein soll. Können wir es uns dann auf der Karte anzeigen lassen? Äh. Okay, wo sind wir? Boah. Leute, das ist echt ein gutes Stück. Gutes Stück ist das weg. Aber machen wir doch mal. Problem ist, es gibt nur diese eine Brücke, so wie mir das scheint. Ah, prima. Ähm. Wo ist sie denn? Da vorne. Also ich befürchte mal, man wird hier nicht ohne weiteres durch dieses Wasser kommen, ohne sich zu verstrahlen. Oh, was ist das denn? Tiere. Okay. Wir werden jetzt mal diese Quest hier auf jeden Fall machen. So. Oh, schon voll erschrocken, dass der hier jetzt anfängt zu summen. Habe ich nicht mit gerechnet. Ach ja, was ist das denn hier? Gammler Outfit. Huch. Okay. Wann ist das denn passiert? Naja. Ähm. So, ähm. Ich glaube, mir wäre es lieber, wenn ich jetzt einmal gerade einen Schnellspeicher Quicksafe mache. Nicht, dass wir einfach auch unterwegs sterben. Das ist mir nämlich schon zuzutrauen. Und haufenweise Zeug von vorne machen müssen. Das wäre ja ziemlich ätzend. So. Machen wir uns jetzt einfach mal schnurstracks auf den Weg dahin. Zack, 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 zack. Ich weiß nicht, es ist bestimmt brandgefährlich, hier auf diesen, äh, nicht auf den Wegen zu laufen. Wow, was ist das? Ja. Okay. Puh. Nicht, dass mir die Munition aussieht. Oh, wie cool, ein Revolver. H-Klammerbox. Nicht dein Ernst. Wie geil ist das denn? Mit Terroruniform. Oh, was hier alles rumliegt. Das ist halt richtig geil, dass... Was? Luftdicht verschlossen. Nee, wie kriegt man es auch? Oh, hier gibt es noch mehr zu entdecken. Red Axe. Was ist das? Aufbereitetes Wasser. Oh, Leute, das hat sich ja richtig gelohnt hier. Was ist das denn jetzt? Geil. Ähm. Okay, was ist das? Ist das ein Raider? Wir sind auf jeden Fall... Das sind Köter. Oh, Leute, ich liebe dieses Aufsammeln von Sachen. Das ist super. Äh, kann man hier eigentlich auch Zeug pflücken? Tatsache. Blume. Der hat mich entdeckt. Die haben mich entdeckt, Leute. Oh, Leute. Das geht so. Ah. Oh, nein. Ich brenne jetzt aber nicht, oder? Ich glaube, ich brenne. Dein Bein wurde verkrüppelt, sodass du nicht mehr rennen kannst. Halte deinen Körper mit einem Stimbleck. Alter Scheiße. Ja, Mann. Jetzt ist es aber an der Zeit. Äh. Inventar. Hilfsmittel. Wo sind sie denn? Ah, nee. Ich mach das hier auf Status, ne? Ähm. Stimpleck 10. Hä? Kann ich das nicht irgendwie gezielt jetzt anwenden? Effekt anzeigen. Okay. Wusste ich schon. Ähm. Paket. Ich will das aber auf... Ich will das auf mein Bein anwenden. Was sind sie denn hier? Da ist ein Pax. Untersuchen. Ablegen. Okay. Ich brenne halt immer noch, wie behindert. Der wirkt mal in einer Seite auf Hotels. Na, komm her. Alter. Die sind ganz schön heftig unterwegs. Wir nehmen jetzt lieber mal noch ein Stimpack. So. Wo sind die denn? Alter, wo sind die denn? Ich will das VATS gleich mal anmachen gegen die. Die Molotow-Cocktails sind hier nämlich ganz schön hässlich. Okay. Und. Go. Okay. Ich hab den nicht getroffen. Oh Mann ey. Hier auf diesen Molotow-Cocktails. Da komm ich ja gar nicht. Aber ich hab auch welche für euch. Die schlecht werfe. Ich ganz schön mies werfe sogar. Alter. Wir brauchen noch mal ein Stimpack. Oh Mensch Leute. Ich seh die einfach nicht. Ah nein, nein, nein ey. Meine Fresse. Alter. Die werfen aber auch. Wie viele Molotow-Cocktails haben die denn bitte? Ich wusste schon, es war ganz richtig, vorhin gespeichert zu haben. Oh Leute ey. Ganz ehrlich, sowas kotzt mich nur an. Ich hab scheiß Waffen. Ich halte hier nichts aus. Ich sehe vor allem nichts. Ich kriege Schaden wie ein Behinderter. Dann werfen die die ganze Zeit ihre Behinderten. Molotow-Cocktails. Ey. Ich krieg' nen Anfall bei so ner Scheiß. Ganz ehrlich. Ah. Und. Jetzt stehen wir wieder hier. Oh. Wir hätten vorhin nochmal schnell speichern sollen. Nachdem wir hier uns den ganzen Krempel besorgt haben. Ich seh's schon kommen. Dass ich's jetzt vor allem auch nicht mehr finden werde. Okay, gehen wir erstmal aus dem Weg. Ich will jetzt eigentlich erstmal dieses Zeug zurückhaben. Das ich vorhin gefunden habe. Wo war das denn? Wo war das denn? Das war an so nem Brunnen. Da. Okay. Ich hab was gehört. Mal schnell das Zeug raufsammeln. Die Dose mit den Haaglammern nehmen wir uns. Fleisch und Krone. Militärautleidung. Ha? Okay. Ich das jetzt gleich nochmal suchen muss. Sorry Leute. Ich weiß, ich bin mega lame. Aber. Wer weiß. Ihr wisst gar nicht, wann ich das letzte Mal irgendwas gespielt hab. Ähm. Würde dir jetzt gerne einen Molotow Cocktail verpassen. Ich bin entdeckt. Schau mal an. Ich bin sofort tot. Ähm. Das ist die große Frage. Bringt es das? Ich treffe ihn auch so gut wie gar nicht. Oh. Leute. Ich bin nicht auf mehr. Wo hat der den jetzt hingeworfen? Hä? Leute. Hab ich kein Molotow Cocktail mehr jetzt? Oder was? Hm. Wieder häng ich fest. Geil. Erstmal nachladen. Aber das wird jetzt gleich wieder genauso... Genauso ausgehen wie vorhin. Gefahr. Okay. Der Hund... ...liegt es überhaupt nicht. Die können hier auch nicht gescheit herwerfen. Der kämpft jetzt dagegen. Das ist super. Das ist super. Jetzt schleichen wir uns mal ein bisschen an denen vorbei. Okay. Die kämpfen auf jeden Fall gegen was anderes. Nicht gegen mich zur Zeit. Okay. Einen haben wir. Jetzt mit dem Power TS. Jetzt mit dem Power TS. Bam. Bam. Nochmal. Okay. Crit. Geil. Leute. Was dem da jetzt passiert? Okay. Hier muss auch noch irgendwo dieser blöde Köter abhängen. Suchen wir die guten Leute mal schnell. Oh. Ey. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt schon wieder. Boah. Kann ich eigentlich angegriffen werden, solange ich hier rum... rumhantiere? Das Zeug ist alles zu schwer. Okay. Hier, pass auf. Wir lassen jetzt mal hier diese Lederrüstungsdinger droppen. Von denen wir sowieso zwei haben. Okay. Ähm. Okay. Gut. Oh, Leute. Es tut mir leid. Ich habe einfach keinen Bock, hier irgendwie so ein Mist doppelt und dreifach zu machen. Deswegen werden wir schön oft speichern. Ähm. Okay. Gut. Auf jeden Fall. Die drei haben wir fertig gemacht. Über die Berge schaue ich mir lieber mal ein bisschen hier die Umgebung an, ehe ich einfach nur reinlaufe. Oh, was ist das denn? Verrückt. Wie weit befinden wir uns eigentlich auf der Karte? Noch davon entfernt. Oh, guck mal hier. Hälfte haben wir schon geschafft, oder? Ja. Müssen wir theoretisch. Ähm. Oh. Oh, Leute. Ich würde mir so gerne das ganze Zeug einfach nur angucken. Aber ich kann einfach nichts mehr tragen. Oh, das sieht halt auch schon spannend aus. Ach, der Kugel. Oh, vor allem will ich jetzt mal... Ähm. Waffen, Waffen, Waffen. Die... Den Revolver... Anlegen. Den wir vorhin gefunden haben. Da ist er ja. 48. Was macht hier die... Verlängerte Pistole? 18. Okay, Leute. Böser Unterschied. Böser Unterschied. Huch. Okay, steht ein Kühl. Steht ne Power Armor sogar. Äh. Die... Keine Energie mehr hat. Okay. Jetzt ist die große Frage. Wird die hier jetzt auch auf der Map angezeigt? Ja. Wird sie. Aber die andere nicht mehr. Red Rocket Städte. Äh. Sehr mysteriös. Sehr, sehr mysteriös. Gegner. Sind irgendwo Gegner? Sind irgendwo Gegner? Oder war das... Die Kuh? Boah. Red Hirschkuh. Na, ich hoffe mal, die sind einigermaßen friedlich, solange ich die jetzt nicht abfacke. Oh, ich höre Schüsse. Ich will jetzt aber gerne erstmal hier bei meinem Questziel anlangen. Anlangen. Okay. Die haben mich natürlich sofort wieder entdeckt. Ähm. Gefahr. Brennt irgendwas? Nee. Erstmal auf Richtung Quest. Oh, nein. Scheiße. Ich will noch keinen Red Away nehmen. Gegner. Na? Warst du der Gegner, der mir angezeigt wurde? Hä? Du bist irgendwas anderes? Naja. Okay, ist doch ein Gegner. Ähm. Okay. Gut. Geht's mal weiter. Okay, jetzt sind's knappe 100 Meter nur noch. Mal. Ich bin managed. Hut.